Willkommen zu einem lustig farbfrohn neuen Let's Play. Heute präsentieren wir eine Map von Sinna88. Meine Damen und Herren, die gerade in diesem Channel.com Epic Lane Day... Es ist zu spät, wir Let's Playen jetzt. Scheiß drauf. Ist das normal, dass es laggt? Scheiß drauf. Eine nette Map von Sinna. Das ist doch jetzt nicht wahr, Alter. Wenn er das jetzt weitermacht irgendwie an, wird's ihm sowieso langweilig. Naja, okay, die Map ist nicht groß von dir, ne? Ein bedingter Map-Wunsch von Sinna. Ich blende es jetzt ein. Gut, ein Blende sollte jetzt drin gewesen sein. Ansonsten... Naja, lohnt sich doch jetzt für eine Pistolenrunde, ne? Aber ich würde nicht nur als 4 vs. 4 machen. Jaja, 4 vs. 4 geht's. Reicht aus. Gut. Hat er rausbekommen, dass wir gerade Let's Playen Day? Ich bin Tom 1. Scheiß drauf. Ich hab keine Money mehr. Es macht Spaß, es ist schön, eine neue Map zu sehen. Heute mal von Sinna. Dieser kleine Spinner. Wenn ich joinne und du sagst, wir machen das B. Ach, komm. Lol, Alter, was geht hier ab? Ah, ich hab noch 10 Money drin. Ich mach mal hier Dingens Premium aus. Also, wir haben bei uns in Teamspeak gerade in den Sinna. Das alte Haus. Jan kann leider nicht reden, tut mir leid. Einer ist, glaube ich, noch reingekommen. Vielleicht war das auch ich bin Tom gerade. Er ist leider zu spät, weil wir schon angefangen haben zu Let's Playen. Nehmen an, das war mein Freund. Kannst versuchen, Play 1 Raum 34 zu kommen. Da ist manchmal noch ein kleiner Platz frei. Tu's aber lieber nicht. Abgesehen davon habe ich gedacht, ich mache jetzt das Let's Play, damit ich euch zeigen kann, wie schön es ist. Ah, okay. Ist er wieder raus? Ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, doch. Der hört uns ja, sonst hätte er es ja jetzt nicht geschrieben. Ja, okay. Da mache ich Premium wieder an. Okay, als nächstes, ähm, vielleicht, wenn es jetzt nicht mehr so leckt, weil die Festplatte ein bisschen voller ist, wir Let's Playen nämlich jetzt bald neue Spiele, zum Beispiel Sonic Last World. Höchstwahrscheinlich. Vielleicht müssen wir das auch ein bisschen später Let's Playen, weil wir vielleicht nur ein bisschen, aber vielleicht. Ansonsten, ähm, freuen wir uns schon richtig doll auf Season 3, weil ich sagen muss, seit ein paar Tagen steht es ja schon auf der Webseite. Das Problem war eben, dass die Let's Plays, die vorher kamen, schon längst aufgenommen waren, bevor das rauskam und, äh, geplant hochgeladen waren. Das weiß auch einer, denn der hat ja in den Chat geschrieben, ähm, ja, hast du keine Schule um 10 Uhr das Video hochgeladen? Ne, ne, das war ein geplantes Video für 10 Uhr an diesem Tag und das war auch in den letzten Tagen so. Sag man vielleicht, wenn man mich verfolgt hat. Würde mich auch freuen, wenn, äh, mich ein paar Leute mehr verfolgen würde. Ladet eure Freunde ein, die sollen mich abonnieren. Hört das Getippel aus, äh, auf, das stört ein wenig als Haus. Gut, ähm, was willst du sagen? Aber ich hab echt keinen Nachlader dabei, das ist so blöd. Gut, ähm, dazu und, hinzugefügt, ähm, der Chat wird sich ein bisschen mehr voll spammen, seitdem wir jetzt fast 600 Abonnenten haben. Äh, in diesem Moment sind's bestimmt schon über 600 Abonnenten. Danke, ihr seid die Besten und ich liebe euch alle. Bis auf, ähm, bis auf, hier, wer war das noch gleich? Sina, hast du mich abonniert? Ja, hab ich. Ich liebe alle meine Abonnenten bis auf Sina, Spaß. Nein, ihr seid alle die geilsten ever. Also sowas hätte ich nicht erwartet, seitdem ich klein war, hätte ich nie erwartet, einen YouTube, äh, ich bin Tom, sag, wenn, äh, komm, ja, ich bin Tom, so geht das nicht weiter hier. Das ist eigentlich okay. Hi, ich bin Tom. So, warum, warum, warum? Ähm, warum 34 immer noch? Das, wenn das hier zum Beispiel jetzt nicht die Runde ist, wegen Pistolenrunde, dass ich Level abkomme, dann machen wir darauf noch eine. Wie, es leckt ein bisschen, aber ich versuche, bei Webcam Let's Plays zu machen. Verfolgt bitte alle meine Let's Plays, vor allem Sonic Last World, das wird richtig geil. Dazu können ja noch mehr Abonnenten kommen, weil sie unbedingt Wii U-Fans sind oder sowas, ne? Ich bin ja großer Sonic-Fan, ich würde meine Let's Plays selber gucken, wenn ich nicht ich wäre. Als nächstes, ähm, ich wollte sagen, mich schreiben ganz viele Leute an, ob ich LP mache. Ich hab dazu was auf meiner Webseite gepostet. Verfolgt mich. Das Auslosungsvideo, was demnächst kommen sollte, oder vielleicht jetzt schon draußen ist, das wird höchstwahrscheinlich nur die Spider verlosen und keine, ähm, Drachensachen. Die, die Codes hab ich leider doch nicht bekommen, tut mir echt leid. Aber Spider-Codes hab ich noch, auch nicht mehr viele. Der nächste wird dann ausgelost, ihr könnt gerne noch beim Gewinnspiel mitmachen, leider gewinnt nur eine Person von den Tausenden, die sich bei mir registriert, bei mir angemeldet haben. Also keine Anmeldung ist erforderlich, sondern nur euren Namen eingeben, dann seid ihr schon drinnen. Am besten nur einmal, das Spam gefällt mir nicht. Und, ähm, das ganze Gelaber lässt mich nicht konzentrieren, richtige Kills zu schaffen. Ihr habt alle bessere Pistolen oder Nahkampfsachen, schätze ich mal. Wir können ja mal mit einem Wachen spielen. Ich weiß, ich wollte nur diese Mission, die ich jetzt fertig hab, oben rechts, Salman, Pistolen. Könnte man am Anfang mitmerken. Aber ansonsten, ihr könnt mich gerne auf meiner Webseite verfolgen, denn ich schreib oft viel neue Sachen. Hey, Lane Day, Lane Day. Season 3 oder über Lane Day, was ich so täglich mache. Ich versuche auch irgendwas über die Playlist mal zu veröffentlichen, dass ich jetzt mehr das und das Let's playe. Aber es ist eine geile Map. Also, ein bisschen hier mit den Hügeln ist ganz nett und dann so im Wald. Geht. Ganz okay. Ah, ich würde auf Lane Day gehen, aber die gehen jetzt auch auf mich. Leider muss ich mal wieder so einer Map wie dieser hier dann wieder Bewertungen zufügen und Level Up? Ne. Gut, dann kommt darauf jetzt noch ein Match. Ja, diesmal mit einem Waffen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Irgendwelche Map nehmen wir. Hab hier ganz nette Maps. Ich wollte schon immer mal Slenderman, let's playen. Fügen wir das jetzt mal dazu. Ne, Lane, bin ich im LP. Ja, bist du. Lol. Lane Day kann ich klaren, hat er geschrieben. Du bist doch, ähm, hier auch YouTuber oder nicht? Ich bin Tom. Ja. Ja, richtig, so. Gleich mal ein bisschen verlinken oder sowas, ne? Einst du meinen Kanal? Können wir ja gleich mal abmachen, ob wir uns verlinken wollen oder sowas in der Zeit. Let's playen wir jetzt weiter. Sind sie alle bereits? Ja. Achso, mein LP kann ich auch. Ja, ja, ich hab meinen eigenen klaren Lane Drill. Jetzt bist du da. Okay. Also sind wir da bereit. Ich nehm weiterhin meine Hornets. Ich kann die Thunder auch so in Kargold ja benutzen, aber, hm. Ich hab bestimmt bessere Waffen noch aus, äh, Wassergewehr, aber das ist so lustig. Falls wir mal ein bisschen Nubis spielen wollen. Was fehlt sonst noch? Ja, guck mal, die erste Page von Slender. Ihr kennt doch bestimmt die Let's Plays von mir. Äh, ich hab eigentlich zwei, äh, äh, ich mein nicht euch, ich mein allgemein die Zuschauer. Achso. Ich hab zwei Maps von Slenderman. Einmal die erste Slenderman und dann hat hier der nette Dingens hier, Sebi 297 oder so heißt. Ja, kein Plan. 298. 298, richtig. Oh, da kommt die Klick zu zweit. Hier so die erste Seite wieder. Das ist ne gute Idee, also. Ich hab drüber nachgedacht und für die Map von Sebi ein bisschen besser. Ich wollte sie selber schon fast bauen, aber man kommt nicht zu allem. Vor allem nicht, wenn man nicht genug Kartenslots hat. Vor allem das Haus hier, ne, hier so ne Seite. Wisst ihr noch, als ich hier um die Ecke gegangen bin? Ich weiß nicht, welche Folge. War, glaub ich, die letzte Slender-Folge bei Eight Pages. Und dann hier so hinkam und der Slenderman mich dann gepackt hat. Okay, nee, das war irgendwo. Das Haus ist natürlich wirklich hundertprozentig nachgebaut, aber für die 100er-mal-100er-Map muss man ja auch ein bisschen Platz für die anderen Sachen lassen. Aber ganz cool, irgendwo war da so eine Ecke. Der hat die gut gemacht. Vor allem, ähm, der Sebi hat ja die Map-Mix gebaut, die ich auch Let's Played habe vor ein paar Folgen. Und, ähm, wie man es schon bemerkt, ja, der baut gute Maps. Ja, das mit dem Zaun war hier ne bessere Idee, denn ich dachte, sollen wir den Zaun nehmen? Da bleiben ja nicht genug Bricks über, weil die der höchsten 200 oder wie viel was auch waren ging. Ähm, jeder kann den Clan, ich schreib dem gleich, dass ich den Clan eine Ladung gebe. Ja, ja, das hier hat... Sag dem doch, die sollen sich bewerben. Ja. Ich überlege nach, ob ich dann für die Zukunft dann einfach die Antworten lasse, sodass ich dann vielleicht auch höchstwahrscheinlich wie ein gewisser Freund, der der berühmteste zufälligerweise, Brickfors, äh, Let's Player ist, seinen Namen kennt ihr bereits, der hat nämlich auch den Chat verwischt und das ist eigentlich, obwohl ich mal gesagt habe, finde ich nubig, keine schlechte Idee, wenn man dann die ganzen Fans mal ausblendet, auch wenn man manchmal zurückschreibt, denn ich, das haben sie mir oft gesagt, bin eigentlich ein guter Let's Player, der, Gott sei Dank, im Gegensatz zu anderen gewissen Leuten, immer, ähm, das Spammen, äh, Quatsch, auch wenn es kein Spam ist, auch die Nachrichten zurückschreibe. Ich wiederhole es nochmal ganz nett, folgt mir auf meiner Webseite www.epiclanded.weebly.com Sorry, Talkbauer, kann ich gerade nicht vergeben, wir sind mitten im Match und dort könnt ihr alle neuen News von mir sehen, denn ich poste immer wieder was Neues. Auch über Season 3 oder sowas vielleicht mal. Ja, also Season 3 dürfte vielleicht sogar schon für den jetzigen Moment draußen sein oder kommt jetzt ganz schnell. Die Folge ist ja ein bisschen später gerade. Ja, lass mich dir mir den Kill, Alter, was hab ich für's gehört. Ja, okay, ich bin ganz nah dran. Also Level Up sollte jetzt jeden Moment gleich kommen. Ja, was hab ich für's gehört. Wuhu! Auch Sinner. Aber ist schon ganz nett hier. Das mit dem Slenderman, das müsst ihr euch einfach reinziehen von mir. Aua, was geht hier ab, Alter? Wieso sterbe ich nur? Vor allem, das ist ganz cool eigentlich, die Slendermap hier in Brickfoss zu haben. Es gibt natürlich auch noch Sanatorium und bla 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 und Menschen und bla 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 bla. Aber ihr könnt die Folgen von mir echt reinziehen, denn, wie ihr bemerkt habt, kamen die ja jetzt jeden Tag. Jetzt kommen noch die letzten Slender-Folgen, die Luki und ich aufgenommen haben und dann folgt auch Neues. Wie ich zuflägerweise gerade erwähnt habe, dass wir Sonic Last Vault oder andere Wii Let's Plays beziehungsweise Wii U Let's Plays, Nintendo machen wollen, könnte da auch noch mehr kommen. Ich hoffe, das interessiert am anderen Menschen, Leute. Ey, Lander, ich bin der Slender, der dich holt. Das war jetzt fail, dass ich mitgestorben bin, aber ich hatte zufälligerweise die Nate in der Hand. Aua, juhu. Das war fett. Gehen wir mal so ein bisschen so an den Rand der Map. Schaut euch einfach nur meine Let's Plays an, die sind so geil von Slender. Wieso schauen sich so wenige diese Slender-Let's Plays an, auch wenn es mehr Brickforce-Gamer sind. Könnt ihr ruhig mal die reinziehen. Stört mal einer von euch, wenigstens mal richtig. Also, weiß nicht. Immer wenn ich Paddelfelfelfrühung fahre, bekomme ich auch nur so zwei, drei hundert Flicks und bei... Ah, Quickforce bekomme ich immer so 600 bis 1000. Also, macht schon einen großen Unterschied. Rähn. Schlauchwerbung. Finde ich gute Idee. Ja, die werfen mir alle ihre hässlichen Osternähts in die Fassung. Zum Beispiel der Lane Day. Ja, ja, der im Wald, der hat ja die Bäume mindestens mal richtig gebaut. Denn der andere, seinen Namen weiß ich jetzt nicht, genommen das Ländermann der hat nicht so große Bäume wie die hier komm schon hey Mann man kann ich meinen schlacken schlacken hier ein Bildung sind die ich will sagen dass andere Team braucht noch sechs Kills ohne ein schnell verstecken wir uns Obo LL das eigentlich in weiß eigentlich das Silo dass sie nur hätten so ruhig rund bauen können und nicht so um was man jetzt gar nicht sehen kann weil wir noch weil ihr noch drei Kills benötigt zwei Kills benötigt ja aber der Luki und ich wir hatten richtig Spaß daran ihr müsst euch die Let's Plays reinziehen da ist der Scary Tree Autsch jetzt hab ich mich selbst auch noch getroffen scheiß drauf schlechte KD und Level Up Level Up herzlichen Glückwunsch sie wurden zum Hauptmann 2 befördert nicht dass wir jetzt nicht sicher gehen konnten ob es Hauptmann XYZ wäre aber danke dass ihr alle zugeschaut habt denn ihr seid die besten 600 Abonnenten danke Special hab ich jetzt nicht gemacht aber ja danke dass ihr da wart ja bei 1000 mach ich bestimmt ein Special 100 Pro ladet eure Freunde ein und holt noch mehr dazu danke ciao wollt ihr noch was sagen? ciao ciao ciao